Herzlich willkommen! In diesem Jahr freuen wir uns mehr denn je, die Tore von Allegro Vivo für Sie zu eröffnen. In der 43. Saison lautet unser Leitthema Humoreske, denn der Humor erhebt unseren Geist in Verbindung mit der Musik auf eine besondere Ebene. Ich freue mich auf die vielen wunderbaren Künstlerkolleginnen und Kollegen. Mit ihnen gemeinsam werden wir durch die Kammermusik wieder alle Generationen miteinander verbinden. Auch öffnen wir die Tore für die vielen jungen Musikerinnen und Musikern der Sommerakademie. Kommen Sie zu Allegro Vivo, erleben Sie die Konzerte und seien Sie uns herzlich willkommen!